Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn deine Mutter mir droht, sie wird ein Haus besetzen, um einen Laden zu kriegen, ist das eine Drohung. Das ist klare Haustriebsdruck. Ganz hell, wie ist ein Denkmal jetzt? Was sagst du dazu, mein Alter? Janace, du hast dich unter Denkmalschitz stellen lassen. Weißt du, wie erniedrigen das für mich ist als Frau? Das ist doch alles ganz anders. Oder führt ihr noch auf eine Ehe? Was ist das denn? Wie stellst du dir das vor? Man könnte meinen, du hättest einen Geliebten. Wer ist denn der Karte? Das ist doch Kollege Schimanski von der Kripo. Eine zerrüttete Ehe! Das geht dich überhaupt nicht an! Schafft ihr nun endlich klare Verhältnisse! Wann ist die Scheibe? Paul, das ist ein Problem. Untertitelung des ZDF bug2